Gönnen Sie Ihrem Notebook etwas Abkühlung, und zwar ganz stilvoll. Dieses super schicke Cooler Pad führt gefährliche heiße Luft, die sich häufig unter dem Notebook bildet, wirksam ab. Dafür sorgen neben zwei leistungsstarken Ventilatoren im Inneren des Pads auch die gute wärmeleitende und zugleich edle Aluminiumoberfläche. Die beiden Lüfter bleiben dabei selbst bei einer höchsten Drehzahl von 2000 Umdrehungen pro Minute flüsterleise. Dabei haben Sie immer im Blick, wie es Ihrem Notebook geht. Auf dem LC-Display zeigt das Pad die Temperaturentwicklung und die Lüftergeschwindigkeit an. Laufen die Lüfter, erkennen Sie es am Blinken der Leuchtdioden.